Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White Das Leben auf der neuen Erde. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihr Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Jesaja 65, Vers 21 und 22 Wir können nicht annehmen, dass wenn der endgültige Sieg errungen sein wird, und wir für die uns vorbereiteten Wohnungen haben, müßiggang unser Los sein werde, dass wir in seligem Nichtstun spüllen werden. Auf der neuen Erde werden die Erlösten Beschäftigungen nachgehen und Freuden suchen, die schon Adam und Eva am Anfang Glück gebracht haben. Das für Eden charakteristische Leben wird gelebt werden, das Leben in Garten und Feld. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihr Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Jesaja 65, Vers 21 und 22 Dort sah ich die herrlichsten Häuser, die wie Silber aussahen, von vier Säulen gestützt, die mit herrlich anzusehenden Perlen geschmuckt waren. Dort sollten die Heiligen wohnen. In jedem Haus war ein goldenes Regal. Ich sah viele der Heiligen in die Häuser gehen, ihre glitzernden Kronen abnehmen und auf das Regalbrett legen. Dann gingen sie auf das Feld neben dem Haus, um mit Erde etwas zu tun. Aber nicht so, wie wir hier die Erde bearbeiten. Nein, ganz anders. Ein herrliches Licht umleuchtete ihre Häupter. Man hörte ständig Zurufe. Gott wurde gelobt und gepriesen. Jede Gabe wird entwickelt werden, jede Fähigkeit wird wachsen. Die Anneigung neues Wissens wird dann den Geist nicht mehr ermüden und die Kräfte nicht mehr erschöpfen. Dort können die großartigsten Unternehmungen ausgeführt, die erhabensten Ziele erreicht, die höchsten Vorhaben verwirklicht werden. Und doch werden immer neue Höhen zu überschreiten, neue Wunder zu bestaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Und neue Gegenstände werden die geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte fordern. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Maranatha 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 Maranatha